Herzlich willkommen bei der Ruhräule, einem Podcast aus Fröndberg mit Gästen über Themen mit Seba und Rebecca. Jetzt kommt die Folge mit Susanne Pante und Ute Weber. Susanne Pante und Ute Weber, modern, aktiv, Landfrauen. Landfrauen, da denke ich ja erstmal an Landwirtschaft. Aber tatsächlich sind nur 40% der Landfrauen auch in der Landwirtschaft. Die anderen Frauen sind sozusagen einfach Frauen auf dem Land. Und der Landfrauenverband will die weibliche Perspektive auf das Landleben ernst nehmen, stärken und auch die Interessen bündeln. Nicht selten wird es dabei auch politisch. Lernst du gleich wieder was? Jaja, ich lerne was über die konkreten Aktivitäten hier vor Ort, so im Kreis Unna, in Fröndberg, aber auch in Westfalen-Lippe bis hoch zur Bundesebene. Und ich werde feststellen, wie politisch die ganze Denke dabei ist und vermutlich auch sein muss. Gerade im zweiten Teil wird das richtig deutlich, weil Susanne da auch ordentlich was zu erzählen hat. Und hier nochmal kompakt ein paar Infos zu den beiden. Zum einen zu Susanne Pante. 62 Jahre alt, sie hat drei erwachsene Kinder, zwei Enkelkinder und wohnt seit über 40 Jahren in Frömern. Sie ist gelernte Landwirtin aus Leidenschaft. Vor vier Jahren ist ihr Hof aus der Milchviehhaltung ausgestiegen. Jetzt arbeitet sie angestellt als Agrarbürofachfrau. Genau, und dann ist da noch Ute Weber. 61 Jahre alt, mit zwei erwachsenen Töchtern. Sie ist in Frömern geboren und lebt aktuell auch noch dort. Außerdem ist sie Floristin und in der Evangelischen Kirchengemeinde tätig und dort auch angestellt. Wollen wir mal reinhören? Klar, los geht's. Mir gegenüber sitzen heute zwei Frauen mit grünem Schal. Ich glaube, das ist der Landfrauenschal. Eins der offiziellen Mitglieds-Merchandise-Gegenstände. Ute Weber und Susanne Pante sind bei mir. Die engagieren sich im Landfrauenverband Westfalen-Lippe. Habe ich das richtig gesagt? Ja, das ist richtig. Das ist der Landesverband. Es gibt in Nordrhein-Westfalen zwei Landesverbände. Die rheinischen und die westfälsisch-lippischen Landfrauen. Und dann gibt es unseren Kreisverband. Das ist der Kreis Ruhr-Lippe. Da gehört Dortmund zu, der Kreis Unna und Hamm. Und dann gibt es unseren Ortsverband. Das ist Fröndenberg, Unna und Holzwickede. Ja, und hier wir in Frömern sind nochmal richtig aktiv. Und könnt ihr uns mal so ganz grob erzählen, was die Landfrauen so machen? Was so die Ziele und Aufgaben dieser Organisation sind? Also der Landfrauenverband ist auf alle Fälle auch der Berufsverband der Bäuerin, der Landwirtin. Aber darüber hinaus engagieren wir uns für die Interessen aller Frauen und ihrer Familien auf dem Land, im ländlichen Raum. Wir haben nur noch ungefähr 40 Prozent unserer Mitglieder haben einen landwirtschaftlichen Hintergrund. Die 60 Prozent daneben sind Frauen vom Land. Ah, Frauen vom Land. Vom Land, ja. Also du, Susanne, bist sozusagen eine von denen mit landwirtschaftlichem Hintergrund. Ja. Und Ute ist eine von denen, die eher Frau vom Land ist. Genau. Was treibt dich zu den Landfrauen? Ja, also ich bin in erster Linie durch Susanne zu den Landfrauen hingekommen. Ich meine, ich wusste immer schon, dass es Landfrauen gibt. Aber das war dann immer so. Ich dachte, ja, na, die Landfrauen hier, das ist halt da, Frauen, die haben einen Bauernhof und so, die sind da. Und nach Corona, da sagte Susanne, mein Gott, unsere Landfrauengruppe, die ist so eingeschlafen. Lass uns doch mal wieder eine Gruppe machen. Hast du nicht Lust? Das ist doch klar. Ja, und dann fing das ganz kurios an. Wir haben uns ja immer bei Püttmann getroffen das erste Mal. Und da war das unter so einem Hintergrund, dass wir da handarbeiten sollten bei den Treffen. Handarbeiten? Ich denke, ja, na. Ja, also ich konnte mir das nicht vorstellen. Basteln oder wie? Ja, also stricken, sodass da welche mit Stricken oder mit Stickzeug singen. Also das bin nicht ich. Ich kann zwar stricken, aber dass ich mich da jetzt irgendwo hinsetze und stricke, also da habe ich gedacht, nee, aber gehst du trotzdem mal hin? Ja, und da waren auch wirklich zwei, die da waren, die waren am Stricken. Das fand ich ja schon ein bisschen witzig, aber es war so eine tolle Runde. Ich meine, man kannte sich ja auch vom Dorf und die man nicht kannte und so lernte man Ruckzug kennen. Wir waren sofort eine super Gemeinschaft, egal welcher Altersgruppen. Und das war richtig toll und das habe ich dann auch immer weitererzählt und unsere Gruppe wurde dann immer größer. Ich konnte sogar meine älteste Tochter, die noch hier in Frömer wohnt, die konnte ich dann auch dazu begeistern, mit zu den Landfrauen zu kommen. Und die jungen Leute sind auch so begeistert, genau wie, ich sag mal, die älteren Leute, so wie wir. Und tatsächlich ist es so, dass nur Frauen bei den Landfrauen auch mitmachen dürfen? Also Männer dürfen auch Mitglied werden, aber nur zahlendes Mitglied und sie haben keine Stimme. Und dürfen nicht stricken. Und dürfen nicht stricken, okay. Warum braucht es einen Verband, der Frauen vom Land zusammenbringt? Wofür ist das gut? Also das Ganze ist vor über 100 Jahren entstanden. Da war Elisabeth Böhm in Ostpreußen, die auf einen landwirtschaftlichen Betrieb eingeheiratet hat und gemerkt hat, dass sie überhaupt keine Ausbildung hatte, die ihr da behilflich war. Denn da waren die Frauen auf diesen Höfen schon echte Managerinnen und mussten ganz viele Bereiche abdecken und organisieren und richtig mitarbeiten. Ohne das hier gelernt zu haben quasi. Ohne das richtig gelernt zu haben. Und sie hat dann angefangen, Frauen um sich zu versammeln und diese landwirtschaftliche Ausbildung nach vorne zu bringen. Und Bildung und Ausbildung ist immer noch ein Kernanliegen der Landfrauen in jeder Beziehung. Auf der einen Seite natürlich speziell die landwirtschaftliche Ausbildung für Frauen, aber auch alles andere. Es gibt kein Thema, das vor Landfrauen sicher ist. Also wir machen alles und reden über alles und laden uns zu allem Referenten ein. Ja, ich habe gerade mal gegoogelt, es gibt tatsächlich Humming Bees, einen Podcast der Landfrauen. Und wenn ich da mal so grob durchscrolle, was da alles für Themen schon behandelt wurden, dann würde ich sagen, vollkommen richtig. Es gibt kein Thema, das vor den Landfrauen sicher ist. Also ich sehe gerade irgendwie Bestatterin, ein Traumberuf, Nähegruppe Westmünsterland bis hin zu Geschlechtervielfalt. Also da geht einiges an Themen, denen sich die Landfrauen stellen. Und wir sind auch immer ziemlich aktuell mit unseren Themen. Ich weiß nicht, ob du gesehen hast, dass wir im Augenblick auch wieder Demokratie und Toleranz zum Thema gemacht haben. Da sind wir 2019 schon mit angefangen, haben ein Positionspapier zu Demokratie und Toleranz erarbeitet und haben dann Landfrauen zu Wort kommen lassen. Haben das auch als kleinen, auf Instagram immer täglich eigentlich, eine andere Landfrau zum Thema Demokratie und Toleranz zu Wort kommen lassen. Und haben dafür auch aus der EU einen Preis bekommen. Also das ist ausgelobt worden sogar. Und bei der letzten Wahl, wann war das, 22 hier, da hatten wir den, ich gehe wählen, weil. Und dann auch immer eine Frau mit Gesicht und Namen erwähnt, um zu zeigen, wir stehen auch dazu. Wir machen nicht irgendwelche Reden, sondern da steht eine Person dahinter. Und genau das läuft jetzt auch wieder, Demokratie und Toleranz. Sehr schön. Ihr sagt immer wir, wie groß sind die Strukturen dieses Verbandes, von dem ihr sprecht? Wie viele Leute sind da drin? Wir hier vor Ort sind über 100. Vor Ort heißt jetzt in Fröndenberg. Fröndenberg, Una und Holzwickede und wir sind in Westfalen-Lippe 45.000 Landfrauen und deutschlandweit eine halbe Million, 500.000 Landfrauen. Wir sind zumindest auf dem Lande der größte Frauenverband, aber auch darüber hinaus. Wer hätte das gedacht? Ich schon mal nicht. Okay und arbeiten dann da auch Leute, so hauptamtlich irgendwie? Also wir haben die tolle Struktur, dass wir auf Kreisebene ehrenamtliche und hauptamtliche Mitglieder haben. Und das ist eine Riesenunterstützung. Das ermöglicht uns ein Programmheft, das wir jedes Jahr rausbringen, das richtig dick und informativ ist. Da haben wir die Unterstützung des Hauptamtes. Ich sage mal, die guten Ideen kommen immer aus dem Ehrenamt und die Umsetzung liegt dann oft im Hauptamt. Okay. Und was sind eure genauen Rollen und Positionen in dem Verband? So, ich bin hier im Vorstand von Frömern und ich habe hier ins Leben gerufen, dass wir einen Instagram-Account haben. Unter Landfrauen 5958. Das ist also Unna, Fröndenberg, also Ostböen und Frömern. Und da stellen wir auch immer unsere Aktivitäten dann rein. Und ja, ich musste mich natürlich ein bisschen einlesen und brauchte ein bisschen Hilfe von meinen Töchtern, aber es klappt schon ganz gut. Also Ute Weber, Vorstandsmitglied und Social-Media-Managerin. Ja, das hört sich ja schon gut an. Das ist ja der Wahnsinn. Und was machst du, Susanne? Ich bin auch mit jetzt wieder hier im Vorstand. Ich bin aber seit über 40 Jahren Landfrau und bin mal angefangen in Frömern und bin auf der Kreisebene damals bei den jungen Landfrauen ganz aktiv gewesen. Bin dann auf der Landesebene im Präsidium gewesen, sechs Jahre lang und habe 13 Jahre lang den Vorsitz vom Kreis Rohlippe gemacht. Also Landfrauen ist total mein Ding. Und bist du von Geburt an Mitglied oder wie darf ich mir das vorstellen? Nein, meine Schwiegermutter hat mich gleich nach der Hochzeit mitgenommen und hat gesagt, ihre Schwiegermutter hätte immer gesagt, es reicht, wenn eine Frau auf dem Hof bei den Landfrauen ist. Und das fand sie immer ziemlich blöd und hat mich gleich mitgenommen. Da war ich mit Abstand die Jüngste. Und ja, seitdem bin ich dabei, über 40 Jahre. Ja. Ute, du hast es gerade schon kurz angedeutet. Gab es so eine Initialzündung bei dir? Außer das mit der Handwerklichkeit oder den Handarbeiten besser gesagt. Wie genau, wann bist du das erste Mal da gewesen? Also ich bin das erste Mal da gewesen, sofort zum ersten Treffen. Wann war das? Das wird jetzt im Mai, wird das jetzt ein Jahr. Ach so, seit einem Jahr erst. Seit einem Jahr erst, ja. Und wir sind schon unheimlich aktiv. Und ich habe also, ja, ich war in Reha, da habe ich gefehlt, aber sonst war ich immer da. Ja. Und ich mache auch viele Fahrten und Veranstaltungen mache ich auch mit, weil das ist einfach toll, zeitgemäß und das macht Spaß. Und wir haben auch viel vor noch und wir haben auch ein ganz tolles Programm aufgestellt für nächstes Jahr. Wir haben noch schöne Sachen dieses Jahr, was wir machen und das macht einfach Spaß. Vor allem jung und alt so richtig Zusammenhalt und das finde ich auch richtig klasse. Was heißt denn jung und alt eigentlich? In welchem Spektrum bewegt sich das? Also ich sage mal so Mitte, Ende 20 bis, ja die Älteste ist über 70. Ja, da kann man von jung und alt sprechen. Da kann man wirklich von jung und alt sprechen, ja. In der Vorbesprechung habt ihr gesagt, dass Alter ein Thema ist für die Landfrauen. Wie war das gemeint? Also es war genau das gemeint, dass wir jung und alt dazu haben und das ist spannend, das macht es unheimlich für die Jungen und für die Alten attraktiv. Also es ist wichtig, nicht nur in seiner eigenen, wie heißt das heute, Bubble zu sitzen, sondern auch mal drüber hinaus zu gucken und es ist schön, wenn die Alten erzählen und schön, wenn die Jungen erzählen, ja. Und wie schafft man das? Wie schafft man das, dass das so miteinander ist? Also das war immer schon so bei den Landfrauen. Es gibt da mal so eine Zeit zwischendurch, wo es so ein bisschen abflacht und lau wird, wie das bei uns war, dann in der Corona-Krise und danach, da muss einer was anstoßen und dann geht es auf einmal wieder los. Das macht irre Spaß. Ja und wenn man auch irgendwo ist, so zum Beispiel, wir waren jetzt auch zu dieser Vorstandssitzung kreisweit und da sind einfach Frauen so, man kommt sofort im Gespräch. Es ist keine Helmschwelle da. Ich meine, ich bin ja auch in anderen Vereinen, in Frömern oder so, da ist so eine gewisse Helmschwelle ist da. Da ist es immer noch so, ach so jung und dann alt und so. Aber das ist bei den Landfrauen nicht. Also da ist eine ältere Frau, die kommt sofort auf einem zu oder man selber geht auf die Leute zu und das ist so super, was ich auch noch nie in so einem anderen Verein erlebt habe. Ich meine, ich selber, ich persönlich habe hier im Dorf keine Schwierigkeiten, weil ich ja schon immer hier bin und die Leute kennen mich. Aber bei den Landfrauen ist es so, da bin ich ja auch die Neue. Aber ich komme mir nicht so vor wie die Neue. Ich komme mir vor wie so ein alter Hase. Und würdet ihr sagen, dass dieses Unter-sich-Sein als Frauen, dass das auch so einen empowernden Charakter hat, dass das irgendwie die Rolle der Frau auch irgendwie stärkt? Ja, also das ist auf alle Fälle so gewesen. Es stärkt die einzelne Frau. Es macht den Frauen Mut, den Mund aufzumachen und zu reden. Ich glaube, heute ist das nicht mehr so nötig, wie das früher mal war. Früher war das nötiger. Und da haben wir ganz oft Rhetorik-Kurse gemacht und solche Sachen haben gelernt und geübt. Wie mache ich mein Wort? Wie stehe ich auf und sage, was ich denke? Auch in der Männerrunde. Ich glaube, heute ist das kein Thema mehr, aber früher war es das, ja. Und inwiefern hat sich die Bildungsarbeit, du hast vorhin schon mal gesagt, dass Bildung von Gründung an ganz wichtig war, Bildung und Ausbildung. Inwiefern hat sich das noch verändert? Also hat sich das verändert? Wir haben ganz viele richtige Ausbildungen in die Wege geleitet. Die ganze ländliche Hauswirtschaft ist eine Ausbildung, die auf dem beruht, was die Landfrauen angefangen haben. Alles, was mit Direktvermarktung zu tun hat, haben die Landfrauen eingestiehlt. Ich habe zum Beispiel eine Ausbildung gemacht als Agrarbürofachfrau. Das war auch eine Sache, die die Landfrauen eingestiehlt haben. Und darüber hinaus eben ganz viel Fortbildung, die man so nebenher mitnimmt, weil man tolle Vorträge hört. Und ja, und wie gesagt, kein Thema ist tabu. Dankeschön für diesen spannenden Einstieg hier in diese Podcast-Folge. Und ich bitte jetzt einfach mal, die Rebecca hier reinzufliegen mit dem Eulenspiegel. Jetzt kommt der Eulenspiegel. Dafür stelle ich euch drei Fragen, drei kurze Antworten von euch über Fröndenberg. Seid ihr bereit? Ja. Ja. Das ist dein liebster Ort in Fröndenberg. Vielleicht fangen wir bei dir an, Ute. Mein liebster Ort in Fröndenberg ist eigentlich, ja, Frömann ist mein liebster Ort in Fröndenberg. Und ich finde es immer ganz toll, wenn ich spazieren gehe, so Richtung Landwehr, finde ich sehr, sehr schön, wenn man da über die Eisenbahnbrücke geht und man hat da diesen weiten Blick. Das finde ich immer unheimlich toll. Das stimmt. Und dann zu dir? Mein schönster Ort ist unser Hof in Frömann, weil wir oben auf dem Haarstrang liegen und von da aus ganz toll das Wetter beobachten können. Einmal Richtung Norden in die Helwigbörde hinein und Richtung Süden über das Ruhrtal ins Sauerland hinein. Und das ist oft zeitgleich nicht dasselbe Wetter. Also das ist toll zu beobachten, was da passiert. Ich glaube, da sieht man es sogar noch weiter als bei der Landwehr. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber beides toll. Dann zweite Frage schon, das geht so nur in Fröndenberg. Ja, das geht so nur in Fröndenberg. Ich sage mal, Fröndenberg selbst ist ja auch so ein bisschen so ein Völkchen für sich. Aber ich denke mir, so diese ganze Gemeinschaft und so diesen Zusammenhalt, also da denke ich so, da hat Fröndenberg sehr, sehr große Vorteile. Susanne? Das sehe ich eigentlich auch so. Es sind vor allen Dingen die Dörfer rundherum um Fröndenberg. Ich glaube, es sind 14 Stück in Fröndenberg. Das ist ja richtig viel. Und das so nah am Ruhrgebiet. Wir sind ja auch noch im Speckgürtel des Ruhrgebiets und trotzdem ganz sogar ländlich. Also das ist schon richtig schick. Das stimmt. Nur eine halbe Stunde bis nach Dortmund und trotzdem im grünen Leben. Wir können über zehn Städte rundherum innerhalb von einer halben Stunde erreichen. Wir sind am Nabel der Welt und trotzdem wunderbar auf dem Land und im Dorf. So, dann sind wir auch schon bei der letzten Frage. Das ist eine kuriose Sache, die du in Fröndenberg mal erlebt hast. Okay, ja Susanne als erstes. Ja, da muss ich echt ein bisschen überlegen. Nee, es sind eher so Sachen, die mit den Viechern passieren. Ach ja, jetzt fällt mir was ein. Wir haben mal in einer Sommernacht sind unsere Kinder standen bei uns vorm Bett und haben gesagt, die Kühe sind im Garten. Und bis wir wach waren, hat es echt einen Augenblick gedauert und dann Augen auf und geguckt. Und tatsächlich standen 20 Kühe in unserem Vorgarten, unsere natürlich. Und Oma lief im Nachtrimm dazwischen rum. Und dann haben wir erst Oma in Sicherheit gebracht und Oma hatte die Tür zugeschlagen, ihre Haustür und kam nachher nicht mehr rein. Also da mussten wir nachts auch noch Omas Tür aufbrechen, nachdem wir die 20 Kühe wieder eingefangen hatten. Ja, solche Sachen passieren. Und woran lag das? Irgendwann haben die mal Langeweile und fangen an, am Zaun rumzufummeln. Ach so. Und dann stand ausgerechnet im Vorgarten, den wir nachher nicht mehr wiedererkannt haben natürlich. Ja, also bei uns war das immer so, ist aber schon lange her, da war ich Teenager noch, da gab es ja so immer bei Hazel, da war der immer so ein berüchtigter Stammtisch von so Leuten, die sich dann immer gerne einen über den Durst getrunken haben. Und wenn die dann immer abends nach Hause kamen, dann fanden die so teilweise ihre eigenen Haustür nicht mehr, liefen die in so verschiedenen Gärten rum und suchten dann immer mit dem Schlüssel ihre eigene Haustür. Und das war dann so laut teilweise und dann haben auch die Hunde angeschlagen und dann wurden wir alle wach und dann mussten wir die dann teilweise nach Hause bringen, zu ihrer eigenen Haustür hin. Also das war schon immer sehr kurios zu der Zeit. Aber ist ja auch nett, dass ihr das gemacht habt. Ja klar, sonst hätten wir ja gar keine Ruhe gekriegt. Das war also richtig. Ja, da kommt wieder die Gemeinschaft durch. Genau, genau, genau. Ja, das war es auch schon mit dem Ollenspiegel und jetzt zurück zum Gespräch. Okay, danke Rebecca für diese spannenden Erkenntnisse aus dem Ollenspiegel. Und ich halte jetzt hier in der Hand einen kleinen Aufkleber, den die beiden mir zwischendurch gegeben haben. Das Landfrauenlogo ist irgendwie so ein Herz, würde ich sagen, in grün gehalten und in der Mitte ist eine Biene. Ich muss sagen, ich hätte jetzt bei Landwirtschaft nicht als erstes an die Biene gedacht. Ja, eine Kuh oder ein Schwein, bin ich ganz ehrlich, bin ich ganz ehrlich, klischeehaft. Und was hat das mit der Biene auf sich? Also das Landfrauenlogo bundesweit ist die Biene und seit Anbeginn, also schon über 100 Jahre lang. Die Idee dahinter war folgende. Zu Zeiten von unserer Gründerin Elisabeth Böhm war es so, dass es fahrende Händler gab, die über Land fuhren und bei den Höfen, bei den Landfrauen die Produkte der Landfrauen abgekauft haben. Also Marmeladen und Honig und Butter und Käse und alles, was die Landfrauen so produziert haben. Die sind über Land gefahren und dann in die Städte gefahren, haben es da an die Stadtfrauen verkauft. Und da die wochenlang unterwegs waren, waren die Produkte nicht mehr besonders schön. Also die Butter war ranzig und der Käse hatte Schimmel, also das sah nicht gut aus. In welchem Jahrhundert sind wir gerade? Also das war 1880, so in der Zeit. Und die Stadtfrauen haben sich böse beschwert über die Landfrauen, die ihnen so schlechte Produkte schicken. Und das hat den Landfrauen nicht gepasst und sie haben dann die Zwischenhändler ausgeschaltet und es hat Geschäfte gegeben direkt zwischen Landfrauen und Stadtfrauen. Und um diese Produkte zu kennzeichnen, die frischen Produkte direkt von den Landfrauen, wurden die mit der Biene gekennzeichnet. Das war das Zeichen für frische Produkte aus den Händen der Landfrauen. Und das ist heute immer noch unser Zeichen für alles, was mit Landfrauen zu tun hat. Spannende Geschichte. Ich erkenne auch da so einen empowernden Ansatz irgendwie. Die Händler ausschalten. Ausschalten ist ein spannender Begriff in dem Zusammenhang. Ich hoffe, das ging nicht zu brutal zu. Und dann die Biene als Erkennungszeichen. Aber warum die Biene? Ja, weil natürlich auch der Honig dazugehörte. Also es gab früher auf jedem Hof eine Imkerei immer. Es gehörte immer dazu. Okay. Naja, und wenn ich jetzt so drüber nachdenke, dann ist die Biene natürlich auch bei der Getreideproduktion ein ganz, ganz wichtiges Tier, Insekt, das irgendwie bei der Bestäubung helfen muss. Ja, beim Getreide nicht. Aber ja, die ist ganz wichtig. Im Obstbau zum Beispiel. Und ja, und ich sag mal, viele haben dann gesagt, die Landfrauen sind wie ein riesen Bienenstaat. Aber naja, das kann man so und so sehen. Aber ja, die Biene ist für alle deutlich erkennbar immer das Zeichen der Landfrauen. Okay. Und ich habe mich ja als Amateurbiologe geoutet, indem ich behauptet habe, Getreide müsste bestäubt werden. Muss es gar nicht? Nein. Nein, das wird nicht durch die Bienen, durch Bestäubtes. Ah. Wird durch Wind und bestäubt sich selbst. Das bestäubt sich selbst. Selbstverständlich. Dafür brauchen wir die Bienen nicht. Die brauchen wir aber für viele andere Dinge, wie zum Beispiel Obst. Okay. Wir wollten nochmal gucken auf ganz konkrete Aktivitäten hier so in Frönnberg oder auf Kreisebene. Was habt ihr da schon für tolle Sachen gemacht? Was für tolle Sachen gibt es da? Also wir sind angefangen letztes Jahr, dass wir so richtig wieder im Schwung kommen, sind wir letztes Jahr angefangen. Da war ein ganz, ganz großes Sommerfest. Das war dann von Frömern, Hämmerde und Siedlinghausen mit dabei. Also zu uns gehören ja auch Ostböen und Kesseböen. Und das ist dann ausgerichtet worden auf einen Hof in Siedlinghausen. Und das war ein sehr, sehr großer Erfolg. Dann hatten wir ja natürlich eine Weihnachtsfeier hatten wir. Dann haben wir jetzt auch noch einen Ausflug. Und wir waren letztes Jahr auch zum Weihnachtsmarkt in Böckeburg. Das war sehr, sehr schön. Jetzt dieses Jahr haben wir einen Ausflug in einem Garten noch geplant. Das ist jetzt im Mai. Und wir haben Ende Mai auch noch einen Waldbaden in Wildbark-Frostwinkel. Was ist denn ein Waldbaden? Also Waldbaden, das ist also was ganz Tolles. Das ist also, dass wir die Atmosphäre im Wald nehmen wir wahr durch eine Natur- und Umweltpädagogin. Die führt uns dann drei Stunden durch den Wald oder auch führen ist ein bisschen weniger. Aber ich sag mal, vielleicht gehen wir nur 100 Meter, aber wir nehmen den Wald mit allen Sinnen wahr. Und das werden wir dann Ende Mai machen. Ja und dann haben wir schon ein Programm geplant für nächstes Jahr. Das müssen wir jetzt zum 1. Juli dann abgeben. Und da steht auch schon, da sind auch wieder ganz, ganz tolle, interessante Dinge dabei. Was heißt, ihr müsst das abgeben? Das kommt in unser Programmheft. Wir haben kreisweit ein Programmheft für alle Mitglieder, aber auch darüber hinaus. Das ist im Grunde die beste Werbung, die wir für uns machen können, weil das alle Aktivitäten der Landfrauen im Kreis Rülle bezeigt. Und das heißt, wenn ihr jetzt als Frendenberger Ortsgruppe was veranstaltet, dann kann sich jedes Mitglied irgendwie, dass das Programmheft in die Finger kriegt, da anmelden. Das ist nicht nur für die Frendenberger. Ja, das stimmt. Und passiert das auch? Also ist das so übergreifend? Ja, wir waren zum Beispiel beim Lichtkunstmuseum in Unna waren wir und das ist von der Gruppe in Hemmerde ausgerichtet worden. Und da waren wir auch, war Frömann auch sehr stark vertreten. Ich glaube, da war sogar eine Dame aus Werne bei. Ja, genau. Also aus dem ganzen Kreis Rülle-Lippe kann jeder überall hingehen. Man muss sich vielleicht vorher anmelden, wenn es ein Teilnehmer-Obergrenze gibt, aber als Mitglied können wir überall teilnehmen. Also irgendwie kommt mir das schon so vor, als sei der Landfrauenverband wie so ein Bildungsträger, wie so eine VHS, auch zum Teil wenigstens organisiert mit richtig krassen Programmen für viele, viele Menschen. Ja, das ist so. Und wir sind super gut vernetzt. Das ist so. Und zwar in ganz Deutschland. Also wenn ich irgendwo eben fahre mit den Landfrauen nach Bayern oder so und will ein tolles Programm aufstellen, dann spreche ich die Frauen da vor Ort an, die Landfrauen und lasse mir die richtigen Insider-Tipps geben. Das schafft kein Reisebüro. Das kriegen nur die Landfrauen auf die Reihe. Okay. Und wenn ich jetzt überlege, darf ich Landfrau werden? Also ich muss eine Frau sein, das habe ich verstanden. Jedenfalls ist es ein, ich möchte nur bezahlen. Was heißt denn Land eigentlich? Muss ich in Frömern oder aus Pyren wohnen oder darf ich auch in Frönberg City wohnen? Geht auch noch Unna, geht auch noch Dortmund? Wo ist die Abgrenzung von Land und nicht mehr Land? Also das ist keine räumliche Abgrenzung. Wir haben Dortmunder Landfrauen, wir haben eine ganz tolle Truppe in Bochum. Das ist keine räumliche Abtrennung. Es ist mehr so, das Herz muss fürs Land schlagen, für den ländlichen Raum. Also Land ist ein Gefühl sozusagen. Ja, das kann man so sagen, ja. Nicht nur Vollmann. In der Podcastsache hier ist die neueste Folge über Geschlechtervielfalt, wo wir irgendwie darüber nachdenken, Mann, Frau, drittes Geschlecht und so. Gibt es da schon Auseinandersetzungen, wie man damit umgeht, wenn irgendwie Leute, die irgendwie sagen, ich bin irgendwo dazwischen mitmachen wollen? Das ist jetzt eine Frage. Also es fängt erst mal an, dass wir uns informieren über dieses Thema. Bevor man sich nämlich eine Meinung bildet, muss man erst mal sich informieren und muss wissen, was ist überhaupt gemeint und wie weitreichend ist das Thema und nicht. Also von daher, ich habe also jetzt noch kein Problem gehabt, einen Mitglied aufzunehmen. Aber das ist ein Thema, das in der Gesellschaft diskutiert wird und mit dem wir uns befassen müssen und da müssen wir uns wahrscheinlich über kurz oder lang auch eine Meinung bilden im Verband. Aber bis dahin ist es noch ein bisschen. Also da müssen wir noch uns informieren. Das ist einfach wichtig. Okay, also wenn ich irgendwie das Gefühl habe, ich bin im Herzen Landfrau, dann kann ich euch irgendwie kontaktieren. Wie kann ich euch kontaktieren? Also über das Internet ist das ganz einfach www.wllv, Westfälisch-Lippischer Landfrauenverband und dann wird das weitergeleitet bis zu der Gruppe vor Ort. Ja, okay. Und im Zweifelsfall findet ihr das bei uns in den Shownotes zu dieser Episode und wenn ihr auf Instagram guckt, dann schreibt ihr quasi Ute Weber direkt eine Nachricht und die Social Media Managerin wird das dann hier aufnehmen. Muss man dann einen Antrag stellen oder geht man einfach zu den Treffen irgendwie erstmal hin oder wie läuft das? Ne, man geht da einfach hin. Wir sind zum Beispiel jeden vierten Donnerstag im Monat ab 18 Uhr bei Püttmann. Püttmann, wollte ich vorhin schon sagen, ist die letzte Kneipe hier in Frömern. Genau. Genau. Und da trifft sich die Fröndenberger Ortsgruppe. Genau, da treffen wir uns dann aus Frömern, Ostböen und Kesseböen. Ah, genau, okay. Und wenn ich jetzt da mitmachen möchte, habe ich dann bestimmte Rechte, bestimmte Pflichten? Also wir verschenken in der Regel ein Schnupperjahr, dass die Frauen mal gucken können, was so alles auf sie zukommt und Recht oder Pflichten. Nein, wir haben einen winzigen Jahresbeitrag von 27 Euro, mit dem wir zaubern. Also ich denke, das ist zaubern für so einen kleinen Geldbetrag, so ein tolles Programm auf die Beine stellen. Voll. Das grenzt an Zauberei. Und es gibt eine Stimme, alle vier Jahre wird der Vorstand neu gewählt und das war's. Jeder kann kommen und kann sich beteiligen an der Organisation, wenn er will. Muss aber nicht. Muss aber nicht. Und ich muss nicht gleich Schriftführerin werden oder sowas? Nein. Okay. Ja, das ist ja immer wichtig. Oft denkt man ja, wenn man in so einen Verein eintreten will oder in so eine Gruppe oder muss ich auch gleich irgendwelche Ämter bekleiden, das ist erstmal nicht so. Ihr habt schon ganz oft gesagt Vorstand. Wie groß ist eigentlich dieser Vorstand und wer ist da drin? Also der Vorstand von Frömern, das ist Susanne, Christine und ich sind da drin. Christine Kramer ist die. Christine Kramer, ja. Okay, gut. Und gibt es eine Sprecherin bei euch? Nein, wir sind ein Vorstandsteam. Gleichrangige. Genau. Vorsitzende. Nur die Kassenprüferin, die muss ja halt bei Vorstandsarbeit, die muss ja dann auch angemeldet werden an der Sparkassen. Okay. Aber sonst nicht. Für die Kassenführung, genau. Genau. Super. Würdet ihr sagen, dass die Landfrauen auch eine politische beziehungsweise politisch denkende Organisation sind? Ja, auf alle Fälle, ja. Und zwar je weiter sie dem Bundesvorstand kommt. Es gibt also 20 Landesvorstands. Landesverbände in Deutschland, die sich zusammengetan haben zum Deutschen Landfrauenverband. Und da wird richtig Politik gemacht. Frauenpolitik, Entwicklungspolitik, Landwirtschaftspolitik. Also es gibt wenig Themen, wo die Landfrauen keine Position haben. Da würde mich jetzt nochmal so interessieren. Wir sind ja noch so in dieser Zeit, die auch noch, also vielleicht gerade nicht mehr auf der Hochphase, aber von den sogenannten Bauernprotesten geprägt sind. Und da würde mich ja jetzt mal so aus eurer Sicht interessieren. Wie steht ihr dazu? Aber vielleicht, dass wir erstmal so im Thema sind. Könnt ihr mal kurz erläutern, welche Hauptursachen zu diesen Prozessen geführt haben, die wir erlebt haben? Also Auslöser dafür waren die Beschlüsse der Bundesregierung, die Schlepper zu besteuern und den Agrardiesel, der bisher also auch immer eine Steuererleichterung hatte. Und das war so der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Das Fass ist seit Jahren vollgelaufen mit immer mehr Reglementierungen, die die Landwirtschaft betroffen hat. Und auf den Höfen war auch einfach keine Luft mehr zum Atmen und zum Wirtschaften. Und diese Sache hat wirklich alle Landwirte betroffen. Denn jeder fährt einen Schlepper und verbraucht Diesel. Also das hat wirklich alle empört. Und kurz vor Weihnachten, da haben die Bauern alle Zeit. Und das war so schnell organisiert. Und mich hat das erstaunt, wie da ist wirklich jeder auf die Straße gegangen. Jeder, der einen Schlepper hatte, der ist losgefahren und mitgefahren und ja wochenlang mitgefahren. Und die Stimmung war unheimlich, trotz allem, trotz aller Schwierigkeiten, gut untereinander. Und der Landfrauenverband hat sich an die Seite des Bauernverbandes gestellt in dieser Sache natürlich. Und würdest du sagen, die Proteste und die Kritik war in jedem Fall gerechtfertigt? Ja und ich finde auch, sie hat was bewährt. Sie hat die Nöte der Landwirte ein bisschen in die Öffentlichkeit gerückt. Denn wir hatten doch schon seit Jahren das Gefühl, in der Öffentlichkeit nicht mehr vorzukommen als Berufsstand. Und über diese vielen Schwierigkeiten ist einfach nicht gesprochen worden. Wir konnten das vor Ort mit den örtlichen Journalisten besprechen, aber da war nie was in der Tagesschau oder in den Medien, so wie es hätte sein müssen. Und das haben wir immerhin erreicht. Leider politisch nicht ganz viel. Ja. Was hätte da in den Medien mehr präsent sein müssen? Die wirtschaftlichen Zwänge, unter denen die Bauern wirtschaften. Und wir arbeiten ja mehr als alle anderen. 40-Stunden-Woche haben wir ja mittwochsabends zu Ende. Also da steckt ja unheimlich viel Arbeit drin. Und es arbeitet ja nicht nur einer auf so einem Hof, sondern die ganze Familie leistet mit. Und das ist Selbstausbeutung, was da auf den Hüften ganz oft passiert. Und trotzdem lieben wir diesen Beruf und tun ihn weiter. Aber eben auch viele, viele Höfe müssen aufhören. Und das haben wir ja auch gespürt, dass die Zahlen der Betriebe immer dramatischer zurückgehen. Und ja. Und das ist alles in der Gesellschaft nicht wahrgenommen worden. Und auch nicht, wie wichtig dieser Berufsstand ist. Das ist dann in Corona plötzlich auf einmal aufgefallen, dass es nämlich hier immer noch eine Landwirtschaft gibt, die funktioniert und die die Bevölkerung ernähren kann. Das fiel dann auf einmal auf, als rundherum alles zusammenbrach. Stichwort Höfe sterben. Liegt das, ich sag mal so wirklich, an den zurückgehenden Subventionen oder Kürzungen? Oder liegt das Problem auch noch woanders? Also wenn ich das Wort Subventionen höre, dann stehen mir immer die Haare zu Berge. Das hört sich immer so an, als würde der Staat uns was schenken. Das ist nicht so. Dieses Geld läuft durch die Bauern durch. Und eigentlich sind die Lebensmittelpreise subventioniert, nicht die Landwirte. Wir werden gezwungen, unsere gut produzierten Lebensmittel zu billigsten Preisen abzugeben. Und dafür kriegen wir eine Entschädigung. Und da wird kein Bauer reich von. Das ist im Grunde eine Subventionierung der Lebensmittelpreise für alle. Ja, das ist ganz spannend. Wenn von Bauern Subventionen gesprochen wird, dann framet das natürlich so. Man guckt auf einmal auf die Landwirte und denkt, die kriegen Geld. Eigentlich geht das Geld in den Kreislauf und führt dazu, dass ich als Verbraucher weniger für Käse oder Milchprodukte insgesamt bezahlen muss. Ja, richtig. Habt ihr da Ideen, vielleicht auch bei den Landfrauen entwickelt, wie das irgendwie anders besser ginge? Also seit Jahren arbeiten die Landfrauen daran, Einkommensalternativen für die Höfe zu schaffen, wie zum Beispiel Direktvermarktung und Direktvermarktung immer professioneller zu machen oder Urlaub auf dem Bauernhof. Oder es gibt da ganz viele, ganz viele Ideen und ganz viele Sachen, die die Landfrauen angestoßen haben und wofür sie dann die Frauen, die sich dafür interessieren, auch fit machen, ihnen das nötige Handwerkszeug an die Hand geben, um in dem Bereich erfolgreich sein zu können. Mhm. Ich war vor ein paar Wochen in der Schweiz, hab da eine kleine Fahrradtour gemacht, hatte einen riesigen Hunger und es war sonntags, kein Supermarkt hatte offen und ich hab gedacht, wenn jetzt hier nicht bald eine Pommesbude kommt. Und was kam, es kam ein kleiner Hof, der so eine Direktvermarktung hatte, eine wunderschön ausgebaute alte Scheune, kein Mensch anzutreffen, aber eine kleine Kamera hing da und so ein Bildschirm, sodass man also auch sehen konnte, ich werde jetzt hier gerade ein bisschen überwacht und tolle Produkte von diesem Hof und wahrscheinlich auch von umliegenden Höfen irgendwie und so eine Selbstbedienungskasse mit EC. Karte oder Paypal, allem drum und dran und da habe ich mir dann irgendwie für 20 Euro mit einem Kumpel zusammen so ein Mittagsimbiss gekauft. Gibt es sowas Vergleichbares auch schon in Deutschland oder in Westfalen? Ja, gibt es und gibt es immer mehr. Es hat sich herausgestellt, dass dieses rund um die Uhr Einkaufen auch auf dem Land gefragt ist und ja, es gibt immer mehr Höfe und Betriebe, die das machen. Auch so automatisiert und halbautomatisiert? Auch das, ja. Automaten gibt es ja nun eine ganze Menge schon, die auf den Höfen stehen und wie du sagst, so halbautomatisiert, dass man sich selbst die Sachen einscannen muss und auch mit Karte bezahlen kann, ja. Da sind wir schon auch ganz modern. Ich glaube, dass das auch ganz wichtig ist, weil das natürlich sozusagen den Personaleinsatz erstmal irgendwie geringer hält und man in der Zeit noch andere Sachen machen kann. Aber es braucht auch ein bisschen Vertrauen dafür. Ja, das braucht es, das braucht es, ja. Gibt es da hier in der Nähe irgendwie ein Beispiel, wo man sowas sehen kann? Ja, gibt es einige. Also ich weiß, in Kesbüren, Bückers haben wir einen Automaten vor dem Hof stehen und demnächst bei Zuniden auch wird der Laden rundherum geöffnet sein. Also da gibt es einige. An der B1 gibt es eine ganze Menge. Stimmt, ja. Spannend, okay. Tja, E2, wo steht die Landwirtschaft in 20 Jahren in Deutschland? Ja, wenn wir das wüssten. Also ich denke, es wird immer landwirtschaftliche Betriebe geben. Die Direktvermarktung wird glaube ich nochmal noch wichtiger, als sie jetzt schon ist. Ich hoffe sehr, dass wir nicht demnächst sechsstöckige Fabriken haben, in denen Schweine gemästet werden. Sowas ist nämlich auch möglich, ohne die Bindung ans Land, also an die Fläche, dass man also in einem Hafen ein Hochhaus hinstellt und da… Das sind die Meldungen aus China oder so, die man da schon mal sieht, ne? Ja, möglich ist das und sicherlich auch preiswerter, aber das ist eine Horrorvorstellung für mich. Ich hoffe nicht, dass das kommt. Ich hoffe, dass die Menschen erkennen, wie wichtig Landwirtschaft auch ist für Landschaftspflege. Denn die Landwirte halten ja für den Nulltarif eine wunderschöne Kulturlandschaft vorrätig für jedermann. Wenn wir alle sonntags morgens spazieren gehen, das ist ja nicht selbstverständlich, dass die Landschaft so aussieht, wie sie aussieht bei uns. Ja, gerade jetzt, wo wir hier die Folge aufnehmen, vor meiner Haustür blüht ein Riesenrapsfeld, das ist natürlich der Wahnsinn. Ja, ja. Wie ist denn das mit dem Spagat zwischen ökologischer und ökonomischer Landwirtschaft? Die Landwirtschaft kriegt das hin. Das weiß ich. Also die Landwirtschaft verändert sich, die wird immer moderner, geht auch immer mehr in die Richtung rein, die Ställe verändern sich. Aber die politischen Rahmenbedingungen geben das nicht her. Wenn ein Landwirt einen Auslauf für seine Schweine planen will, dann kriegt er die Baugenehmigung nicht dafür. Oder er kriegt die Finanzierung nicht hin. Oder er kriegt vom Handel dann die besseren Preise nicht, die er braucht. Also diese Rahmenbedingungen sind so schwierig, dass es nicht so schnell vorangeht, wie es vorangehen könnte. Also auch da muss ich noch ein bisschen was tun. Ja. Gut. Gibt es noch irgendwas, was ihr gerne den Leuten da draußen über Landwirtschaft oder die Arbeit der Landfrauen sagen möchtet? Einfach mal vorbeikommen. Ja. Sich das angucken, mit uns reden. Das ist wirklich spannend. Oder einfach mal, wir haben auch noch ein paar Plätze frei für unseren Ausflug. Kann man sich auch noch gerne melden, wer da mit möchte. Da verlinken wir die Sachen in den Shownotes. Genau. Aber sonst auch mal einfach vorbeikommen. Nächste Woche zum Beispiel Donnerstag ab 18 Uhr bei Püttmann. Nächste Woche ist schwierig, weil wir ja nicht genau wissen, wann die Folge hier erscheint. Aber immer wann ist es? Jeder vierte Donnerstag im Monat ab 18 Uhr. So, das können wir uns gut merken. Jeder vierte Donnerstag im Monat, 18 Uhr bei Püttmann, kann man die Landfrauen hier aus der Region besuchen und mitmachen. Und wir werden sicherlich die Entwicklung der Landwirtschaft als solche beobachten und begleiten. Und ich bin gespannt, welche Innovationen da noch so auf uns zukommen. Euch auf jeden Fall viel Erfolg für die Arbeit weiterhin bei den Landfrauen. Und danke, dass ihr uns so viele spannende Inneneinblicke gegeben habt. Dankeschön. Ja, danke. Und was sagst du zu den Landfrauen? Hammer. Man denkt ja erstmal so, was soll das sein, Landfrauen? Aber es sind eben längst nicht nur die Frauen von Bauern oder irgendwelche Anhängsel, sondern die machen wirklich richtig viele gute Sachen. Ja, seit der Gründung vor über 100 Jahren war es für die Landfrauen vor allem auch wichtig, die Frauen zu stärken durch bessere landwirtschaftliche Ausbildung und Bildungsangebote. Auch mit Rhetorikkursen, um einfach auch die eigene Stimme besser zum Ausdruck zu bringen. Zum Glück haben sie ja gesagt, heute braucht man das nicht mehr so sehr wie noch vor 20, 30 Jahren. Ja, und sie setzen sich auch mit so Trends auseinander und versuchen diesen Bereich rund um die, ich sag mal, Kernlandwirtschaft zu professionalisieren. Direktvermarktung war ja so ein Beispiel. Und sie setzen sich auch mit wichtigen Themen auseinander, die in der Gesellschaft diskutiert werden. Und ich habe den Eindruck, dass das ziemlich professionell abgeht. Ja, und mit viel Elan. Mit viel WLAN. Mit Elan. Elan. Naja, das war es auch mal wieder. Alle Infos findet ihr wie immer in den Shownotes. Folgt uns gerne auf Social Media, schaut auf ruheule.de vorbei und lasst uns gerne Feedback da. Bis dann.